Hast doch du ein LinkedIn-Profil, weil das gerade in ist und du nicht draußen vorbleiben möchtest? Wozu das für dich gut sein soll, das weißt du bislang noch nicht so richtig. Aber irgendetwas erwartest du doch schon. Es soll nur keine Zeit kosten. Du willst auf keinen Fall mit Social-Media-Kram noch mehr Zeit vergeuden. Das ging uns genauso. Inzwischen haben wir gelernt, was man aus einem professionellen Profil alles machen kann. Und das setzen wir jetzt überall in Europa mit Erfolg ein. Wir, das sind die vielen Freelancer bei UnUni und LinkedIn. An seinem professionellen Profil kann man arbeiten. Richtig arbeiten. Am besten mit dem Blick von innen und außen. Wir haben beides. Und dazu gibt es von uns noch viele Tipps und Erfahrung für alle Bereiche. Wo? Ganz einfach. Bei der Bildungsextase vom 10. bis zum 15. Februar auf UnUni TV. Da gibt es ein LinkedIn-Special in Echtzeit.